Ja, ich wollte nur sagen, danke, danke, herzlichen Dank für 1100 Abonnenten. Dafür wollte ich Danke sagen an alle Fans, an alle Abonnenten. Danke, dass ihr immer zahlreich einschaltet und danke, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Oh ja, danke für 1000 Abonnenten. Ihr seid klasse, ihr seid ein tolles Publikum. Danke dafür und ja, ich sage Danke und würde freuen, wenn wir uns wiedersehen hier morgen zu mal am Abend der neuen Folge um 19 Uhr. Ja, denn dann kommt schon die Folge 863. Ja, denn dann ist ja Samstag. Und was auch noch hinzukommt, nicht morgen, denn morgen ist jetzt noch Freitag. Aber ich muss dazu sagen, morgen ist Freitag. Ja, und Samstag wohlbemerkt. Das ist, wie gesagt, für morgen, für Freitag. Ja, kommt mal am Abend. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und was ich auch noch sagen muss ist, an alle Abonnenten, Samstag gibt es wieder eine Folge von Fly und natürlich was von WolkenTV. Also, Fly die Hündin und WolkenTV. Macht's gut, wir sehen uns wieder. Und natürlich gibt es auch morgen, Manuel am Abend. Und übermorgen und übermorgen. Also, freut euch auf tolle Sachen und auf tolle Videos. Es wird auch einen neuen, es könnte einen Film noch geben. Es kommen ja noch ein paar. Ein paar sind auch noch nicht ganz online, aber es kommt noch so einiges von euch, wo ihr drauf euch freuen könnt. Natürlich wird auch noch Mal und das Leben, die Serie weitergehen. Dann kommt ja noch, wo ihr schon lange drauf wartet. Meine neue Serie. Love is in the air. Die Flasche mag mich sehr. Und einiges Tolles mehr. Also, habt Spaß. Seid dabei. Und trotzdem, danke, danke. Herzensguten Dank für 1100 Abonnenten. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao. Danke, danke. Danke.